Das ist jetzt mit zwei, zwei Liter Handwerk. Was da hochgekommen kann, ist wie jetzt der Fall. So, los. Also, man kann hier die Version. Das ist doch noch deutlich mehr als hier unten. Und, nein, guckt man die Kulten. 5B. Ja, warum sieht man hier den 5B-Flieger, den man auch beim Graubner im Programm nicht sieht? Nein, das ist der Umstieg. Das sind die 570 Akkus von der Firma Graubner. Und genau, wenn man es nicht braucht, also jeder, ich habe eine deutlichere Höhe von der Leistungsfähigkeit des Segelsflugzeugs im Segelspug. Das ist die ASH 26 mit dem Anleitung gewesen. Dankeschön! Dekorboden dabei, Bauanleitung mit Otto, sodass man also wirklich auch dem Rookie gerecht wird. Ja, das Interessante dabei war... Bären! D. Deshalb! Das funktioniert der Botschaft gerade. Jetzt streiten wir den Wunsch zur Landung. Jawohl, da haben wir sehr schön die Wattungsbeistellung gesehen. Das ist das gleiche Wetter, das haben wir jetzt schon mit Blick. Momentan ist es ja mit der Klinik, jawohl. Das macht ganz gut aus. Also es ist für den Weg, so schnell zu rechnen, sodass wir im Programm wirklich ganz locker weiter durchkommen. Ein und den Funjet Ultra! Seitenruder, Landeklappen, Motor und die Schleppkopfloch. So, jetzt geht es los. Bei den Windesten sind wir so ein kleines bisschen spannend, bis die ersten Kinos einbauen. Der muss jetzt nicht im Set erreichen. Und natürlich untergestellten. Wie man jetzt sieht, der Landeklappen ist schön aufgrundflugtauglich. Und solche Dinge, ja, man sieht jetzt der Propeller hat nicht geglitten, aber das ist dann, wie sagt man immer so, das sind die Schläge des Schicksals. Ja, das ist so, ja. Da ist man gerade die E-Mail. Sind die dann schon mit drin, dass man sagt, na gut, ich bau das Modell fertig, servus rein. Der Rest ist ja schon aus dem Kasten bespannt fertig, sodass man eigentlich relativ schnell zum Ziel kommt und nicht noch groß programmieren muss und ausprobieren muss, wie viel Rutausschlag brauche ich denn. Die Rutausschläge sind... Lugplatz und ab in die Luft. Ja, den Akku, da muss man noch laden, dann ist okay. Ja, man landet bei den Lipphaus, man lädt ja Montag und geht am Mittwoch fliegen und es passt. Kann das sein, dass wir schon eine Beleuchtung drin haben? Jawohl, ich sage immer gerne, die Cessna is ready for night to night. Die Cessna hat serienmäßig eine Beleuchtung eingebaut, Positionslaternen und Landesscheinwerfer. Ja, wir kriegen jetzt also wirklich berlin zu bauen, also hier war der Start. Absteigen. Was mir jetzt schon ganz spannend ist, was so Spaß macht. 350 Gramm und wie man sieht, Bodenstart. Ja, nur den wir jetzt gesehen haben, die F-16 im Tiger-Lock ist wirklich schön. Ja, das ist eigentlich eine Start-Mission. Ja, das ist eine Nummer größer, wir brauchen einen größeren Antrieb. Auch wenn der Akku ist ein anderer. Ja, das ist noch besser, bei den Landwirtschaft ist der Akku im Paket schon dabei. Kleine Pause, ja, dann hinten Flieger raus, Lippo ist eh schon geladen. Ja, sowas macht dann auch die Dauer schon Spaß. Vor allem, wenn man sieht, wenn man dann so zu zweit, der Regler ist drin, der Motor ist drin. Also Kasten. Betrieben über Styropor und von der Festigkeit, also auch mit was ist Kleben. Eislein geht natürlich auch oder Pelizell. Oder auch zwei Komponenten-Kleber. Also es ist einfach und schnell zu reparieren. Also am Platz Sekunden-Kleber und die Lugenton abgeben können. Ach, da gibt es schon was, da bin ich Oldtimer für Schnitt. Back to the Roots. Maxi. Der Frank damals noch RC1. Heute sagt man F3A dazu. Und war 1970 deutscher Meister. Es gibt ja schon Anleitung dazu, dass man nicht, ich sag mal, jeder selber finden muss. Sondern es gibt Informationen, wenn man sagt, na gut, ich baue jetzt. Und es ist ein Roxy BL Outrunner, ist eingebaut und ein relativ kleiner Kasten. Der ist jetzt heute größer, deutlich größer. Früher hat man dann die Leisten und die Rippen so auf innen Raum zusammengepackt. Ja, das war ein spezieller, der hat die Beispiele gesucht und bei jedem. Ja, also hier sehen wir uns in Direk 600-Litro-Klebedingungen. Das ist ein speziell dazugehöriges Radruf von Spannungsregler und Helix-Mann-Regler. Zwei Hand-Spannungsregler-Combo. Wie muss ich das verstehen? Ja, ich, bevor es die Zeit wieder geht, habe ich in Dreh. Der ist ein Helix ganz neu entwickelt und speziell für das badenlose Fliegen konstruiert. Erich Weber, Erich Weber gehört zu Karl Barrauch zum Robbe-Align-Team. Erich Weber, ja ich denke mal, ist er mit mir zu tun. Untertitelung. BR 2018 Ja. Ja.